Willkommen zurück zu Let's Play Pikmin in der fernen Quelle beim letzten Part. Ein paar Schätze Gold und neue Wege aufgemacht. Und da fliegen wir nochmal hin und wenn ich das intelligent anstelle, hab ich schon Pikmin in drei Tagen durchgespielt. Also in drei Pikmin Tagen. Und wenn nicht, dann in vier. Länger sollte ich nicht brauchen. Hoffe ich zumindest. Okay, hier haben wir noch ein Pikmin, das im Boden steckt. Und ich hole mal 95. Da sind da 5 Samen. Mann, ich hasse es mit den Samen. Das gibt's in keinem anderen Pikmin-Spiel. Vor allem, das bringt er noch nicht so, weil das ist dumm da so, samt, weil man dann einfach nicht so vermundert hat. Hat sowieso genug Pikmin. Okay, hier sind kleinere Gegner, muss ich aber nur die Kleinen. Und der fette Losch, die fette Loschis haben wohl schon mal Urlaub. Was, die waren denn noch gut genug, um ein Pikmin zu essen. Ich höre doch ein Lücken mit dem guten mit. Okay, ich sollte die Kleinen nicht unterschätzen. Ich sollte doch nicht... Ignorier diesen dummen Fiesch, diesen dummen Fiesch da. Achso, er hat sich natürlich den ganzen da reingewandt. Boah, wo fliegst du denn hin? Jedenfalls... Was ist denn das hier auf? So. Dann... ...eins den Pikmin draufwerfen. Ja, wenn man es jedenfalls kann. Ja, wenn man es jedenfalls kann. Noch einmal dürfte es die Schichtel sein. Jetzt ist er down. Ja, jetzt hat er uns da doch viel schwieriger getan, seitdem... ...eins den Pikmin draufwerfen. Ja, verdammt. Ich töte ihn. Jetzt mach ihn kalt. Wie kalt. Mann, endlich. Ich habe mein... Wachs-Port wieder. Wenn ich das Teil anbringe, wird mein Schiff bestimmt etwas in seiner alten Eleganz zurück. Wir würden mehr auf uns doch mal... Ach, da sind ganz viele nicht mitgekommen. Was die zwei hier machen, frage ich mich auch. Aber irgendwie auch ein Käfer. Kann ich schon wieder sehen, was diese Gegner nicht spawnen sind. Komm, hier noch ein 30, geht hier mit? Ich denke, Gelbe muss ich nicht farben. Da wehe. Du Kack-Ding. Ich lässt meine Pikmin weg. Wenn sie hier abtransportieren wollen. Das macht er jetzt auch. Pass auf. Versuch ihn hier jetzt abzulenken. Damit die anderen schön in Ruhe da den Schatz machen können. Und schon. Okay. So viel. Nehmen Ablenkung, hallo. Hier bin ich. Siehst du mich? Hier. Ich bin wirklich so auf Lenken. Lol. Macht aber gar nichts. feelings. Auch wenn Sie es haben sollen. Ich bin wirklich so auf Lenken. Das will ich nicht besuchen. Ich bin wirklich so auf. Ich bin wirklich so auf Lenken. Ich bin wirklich so auf der stick quer. Ich bin wirklich auf dem und ich bin mit dem ein Pieces. dann platz doch hier mit deinem Bereich und ihr macht mal den hier wenn ihr schon unbedingt was tragen wollt dann macht doch einfach wobei gut Zeitmanage tue ich gerade nicht ja okay das sind drei tagen war sehr optimistisch ach weißt du was lässt mal alles stehen und liegen kommt einfach her zu warten ich habe schon davon an machen sollen lange genug wachspor das sogenannte Gericht des Dolphins m m m also also der verdammt wird mal sagen auch keine Partikel ist worden normal die Sommel auch dann hol ich mir mal 15 Gelb 16 auch gut und noch ein paar blaue ja nicht so viel wie geht weiß ich nicht nur mal auf 100 kommen inklusive den trottelpicken die in den Boden stecken die Käfer kriegt ihr doch bitte so auch noch alle mit einem Hick da das ist ein schüpfende Mist da klinken jetzt gelbe Pikmin oder die Bomben ich brauch nicht viel nur das ist doch noch mehr ist das euer ernst jetzt boah jetzt muss ich noch mit dem da hin und da hinten hin rennen jetzt also das habe ich jetzt nicht gedacht es werden genug um das aufzumachen und ja dann mache ich es halt eben vier tage ich stelle mich halt nicht intelligent an was dagegen dann können wir einfach das jetzt ein bisschen länger genießen positiv ja es ist ein ernst für die Bomben als diese paar stücke bleiben ich denke das ist jetzt wirklich genug ich kann mal ein paar den fröschen mal ja also das blicken die Frösche abwerfen versteht was ich meine das wird doch eh nicht klappen das ist doch schon jetzt so der dahinten das wird meine Höhle nicht treffen so hier voll Deppen selber schuld Trottel so dann man lässt mir den Frosch kalt das macht ihn kalt so dann hier da hier dieser ich glaube da braucht ich glaube da braucht sehr viele Pigmen jetzt ich rufe ich rufe das so ich rufe es ich rufe so Sondern hier kommt mit. Die anderen können wir von der Seite machen. Wir haben noch mal ein paar gelbe, die doch sicherlich mithelfen wollen. Was kann ich so in der Zwischenzeit machen? Nizinpigmen. Knochenpüse. In dem Wasserbesitz nicht die Bombe. Achso, du bist gerade ein Bombenpigmen. Dann fielst du rein, ich würde mich. Dann fiel ich da in die Kirche rein. Dippt! Aber eine Bombe, wenn sie ins Wasser fällt. Also, ich fiel die Bombe rein. Aber eine Bombe rein! Zeitmanagement Ich weiß, dass da ich jetzt ein paar drauf gehen ist es trotzdem wert Ihr könnt mal hier arbeiten Hannischmann euch Lachen Ich bin ins Wasser Ich kann euch steppen Ich hab den Klornantrieb gefunden durch Quaxbindemüll Teil ist eine Eigenschaft von Klo und Kallis Kreuz Nun Ich stehe noch als war sehr teuer 50 50 Beide macht D Lass Lass es Lass es Lass es Also ich kann mal vielleicht ein paar andere Schätze schon holen Aber Zeitlich nicht hinhauen Weil er hier so viel braucht Dann können wir vielleicht mal die hier machen Inzwischen Zeit Und wir transportieren Aber langsam halt sie sei da, vergisst es Hilf mit Ja Ich hätte heute von diesem Tag viel mehr machen können Ok Das sind schon mal einige neue Die grün Das wir trainen können Ok Wovor haben die den Bob-Tier-Schätzer transportiert Versehen oder was Versehen oder was Jetzt nur blau haben Oh, jetzt muss ich ja pflücken Sturernantrieb Ich habe keine Ahnung wie er funktioniert Aber der Dolphin kann wieder mit den eigenen Gepulsstand Ich habe 25 von 13 von 14 Sofie Hier finden wir die Künsteleitung Mein Schiff ist sehr gut Ok, dann noch guckfische die Schwestern Und dann noch einen Schatz haben Dann Sieg wenigstens die Frösche Ich hoffe mal nicht, dass sie respawn Der ist schon besiegt Der hat Auch nicht mehr so viele Leben Das ist so gut Das ist so gut Nein Drin Halt Oh Mann, was soll sie scheiße Mein Zechonium Roboter besteht aus meinem Zechonium Das hinten Teil aus dem Zechonium Erbort ist, damit gekauft nicht hatte den verdacht wir haben gar nicht übers urgaum die da noch so weit ist ich habe es sich nicht zu viel zu gelassen habe 16 tage seit ab und zu schocken bald so teile finden und müssen dürfen endlich von schönen greifen aber die zeit wird knapp ich schaffe meine super ich werde mich auf den sicherlich sind schon ein karl nicht wichtig ich sehe schon die freudigen gesichter meiner familie 5 weitere teile und noch 13 oder 14 tage das ist jetzt also 17 der 14 tage noch kann 20 sicherlich mehr verlust aber wir haben genug pikmen dann wenn ich im letzten paar ich weiß nicht ob ich dafür einfach 1 oder 2 brauchen für die ferne quelle abzuschließen sind wir einfach gespannt schau leute